Ja, hier löw ich noch mal von Zentralfiedorf heute, Mittwoch, der 8. November 2023. Das einzige, was wir noch tun hier, wir reinigen die Glasscheibe. Die gehört eigentlich nicht zum Grab dazu, die reinigt auch keine Stiftung, keiner. Da ist keiner dahinter, das müssen wir machen, die ist schon total verschmutzt. Man hat das sogar zuallerheilig gesehen. Und das gehen wir jetzt an. Da gucken wir hin. Ja, und so schaut es da aus. Vielen Dank.